Willkommen zum Themenblock Klima und Mobilität. Wir haben die Niedersachsen erstmals gefragt, machen Sie sich Sorgen ums Klima? Und die Antwort war relativ deutlich. 51 Prozent der Niedersachsen haben gesagt, wir machen uns große Sorgen. Wobei man allerdings auch sagen muss, 34 Prozent sagen, ja, ich mache mir eher weniger große Sorgen und 11 Prozent sagen sogar, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Herr Dr. Schmidt, Thema Klima. Ist das was, was nur die Fridays for Future Generation bewegt? Oder wie ist das Thema gesellschaftlich anzusiedeln? Es ist in der Tat nicht nur mehr Fridays for Future, es ist eigentlich kein junges Thema mehr. Es ist ein generationenübergreifendes Thema. Also die Besorgnisquoten, wenn man so will, die liegen ziemlich dicht beieinander. Wir haben das mal genauer analysiert und wir stellen fest, dass in einer Bandbreite von sehr schmal 47 bis 53 Prozent die unterschiedlichen Generationen sich Sorgen in der Tat wegen der zunehmenden Erderwärmung machen. Das sind relativ starke Werte. Aber, Herr Lieberling, wie Sie eben schon zu Recht gesagt haben, insgesamt in der Bevölkerung sind es 45 Prozent, die sagen, ich mache mir nur begrenzt Sorgen, beziehungsweise ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Also es ist nicht so eindeutig, wie es mitunter dargestellt wird. Und wir sind jetzt mal einen Schritt weitergegangen. Wir haben in einem nächsten Schritt mal sozusagen den Härtetest für die unmittelbare Betroffenheit versucht herauszufinden und vorzunehmen und nach der finanziellen Opferbereitschaft gefragt. Und da sind wir zu sehr bemerkenswerten Ergebnissen gekommen, konkret festgemacht an der Frage, wären Sie bereit, aus Klimaschutzgründen 25 Cent mehr pro Liter Benzin beziehungsweise Diesel zu bezahlen oder wären Sie dazu nicht bereit? Also letztendlich vorwegzunehmen, die Debatte auch um eine höhere CO2-Steuer, die sich ja dann in etwa auch an einer solchen Größenordnung niederschlagen würde. Und hier ist das Ergebnis ziemlich eindeutig. Die große Mehrheit der Niedersachsen wäre dazu nicht bereit, lehnt eine solche Maßnahme entschieden ab. Nur 16 Prozent sind dazu bereit. Und auch hier, ganz interessant, die Zahlen hinter den Zahlen. Es sind die Anhänger von CDU, SPD, FDP und Linken, die zu zwei Dritteln diesen Vorschlag ablehnen. Und selbst unter den Jüngeren, also der Gruppe der 18- bis 30-Jährigen, sagen nur knapp 19 Prozent, sie wären bereit, eine solche Maßnahme mitzutragen. 60 Prozent sagen Nein. Es gibt eine Partei, wo die Parteianhänger diesem Vorschlag mehrheitlich was abgewinnen können. Und das sind die Anhänger der Grünen. 46 Prozent pro, 26 Prozent Nein. Das bedeutet also Klimaschutz, ja, solange es den Einzelnen nichts kostet und auch den eigenen Geldbeutel nicht belastet? Ich finde schon interessant, dass selbst unter der Gruppe derjenigen, die sagen, wir machen uns wirklich große Sorgen um den Klimawandel, um die Erderwärmung, eine relative Mehrheit nicht bereit ist, diesem Vorschlag zu folgen. Es sind 45 Prozent, wie wir hier auf dem Chart sehen, 27 Prozent wären bereit. Also, selbst bei denjenigen, die sagen, es ist für mich ein eminent wichtiges Thema, hält sich die persönliche Opferbereitschaft in Grenzen, wenn es um zusätzliche Lasten geht, die der Einzelne für die Bekämpfung des Klimawandels einbringen soll. Das bedeutet im Umkehrschluss, aus der weit verbreiteten Besorgnis der Bevölkerung in Sachen Klimaschutz abzuleiten, die Bürger würden vorbehaltlos alle staatlichen Maßnahmen unterstützen, die auf eine Einschränkung der Mobilität hinauslaufen, auf eine Verteuerung der Mobilität, ist ein Trugschluss. Und ich denke, das zeigen diese Zahlen sehr eindrucksvoll. Und wenn Ihnen das noch nicht gereicht hat, wir haben noch weitere interessante Videos zur Einschätzung der Lage in Niedersachsen, die finden Sie hier auf unserem YouTube-Channel. Und ich denke, das ist ein Trugschluss, das ist ein Trugschluss.